Ah, müssen wir doch mal die Paradies fangen. Ich weiß nicht, wie weit es jetzt wichtig ist noch für das Fliegeviech. Ja, mich schön mal gucken. Ist nicht dabei. Da ist es doch. Peribow. Wenn Peribow sich langweilen, nutzen sie ihre Fähigkeiten zu stimmen. Stimmenimitation und bestellen sich eine Pizza. Peribow mögen gar keinen geschmolzenen Käse. Sie wollen sich einfach nur amüsieren, wenn du dich mit dem Pizzaboden streckst. Ah, Mann. Bananenstau da im Garten. Oh, ja. Wollen wir überlegen, ob man den haben würde oder nicht. Alter, warum werden denn jetzt mal die Augen so rot? Ist voll gruselig. Ich habe jetzt auch keinen Bock jetzt extra für die Quackberry fangen zu müssen, ey. Boah, das ist so doof. Du könntest es dir so leicht machen. Wie viel kostet ein Quackberry-Jagd? Boah, kostet 4000, ey. 4.000, wenn ich jetzt hier... Und für die Shonana erst rechnet, Alter. Ein erfrischender Bomben, nicht wahr? Guck mal, Arschlegen. War nur Bonbon. Ich habe keinen Bock. Du fressen. Du fressen. Das ist mir auch ein bisschen zu viel Kohle jetzt langsam, Alter. Entschuldigung, hast du da drauf? Vor allem 300 hier. Da muss ich ja einmal komplett hier noch durchrammeln alles. Ey, das macht mir auch ein bisschen zu viel. Ach, schau an. Achso, das ist nur so specialmäßig bei den Schwanen, oder was? Achso. Okay, ja gut, dann ist euch Quackberries fangen lassen. Scheiße. Ja, mach mal Quackberry, Alter. Alter, hier wird nichts größer. Wo kommt der denn her? Ja. Sicher. Ja. Wo kommt die Eiche her? Oh, komm doch mal gerade rein, ich will gucken ob wir jetzt das haben oder nicht. So ein Scheiß, Alter. Mal ploppt das da hinten einfach auf. Auf uns seinen hässlichen Arsch entgegen zu strecken, uuh. Monstervieh, Alter. Machen wir erstmal gleich hier schön lecker. So, pass mal auf. Ähm, du. Donuts. Happa, happa. Quackberries lassen wir jetzt jagen, das dauert eine Weile. Carson, komm mal her. Emma, komm mal her. Emma, komm mal her. Und I can't sing the blues anymore. But I can't sing this song. I can't sing this song when I'm gone. Okay, das funktioniert jetzt irgendwie nicht. Hm. Oh, das ist toll. Schön. Das ist jetzt Gruppenseck sozusagen. Achso, ne. Hast du mich? Da oben ist... Okay, das heißt ich muss hier raus. Alter, ist der Speed oder so? Rein. Ach, verdammt. Kein Problem. Da bin ich schon. Hi. Jo. Hui. Die sind jetzt auch nicht so schwer gewesen, ne. So, dann sehen wir jetzt nochmal gleich die Donuts. Ein bisschen Techtelmechteln. So, dann sehen wir jetzt noch ein bisschen. Ein Michael Jackson unter dem Vila Piñatas gibt. Und dann haben wir sie gerade gefunden. Fangspuppel? Ich kann es sagen. Bing. So, dann haben wir wenigstens eins geschafft. Mal gucken, ob wir noch ein zweites hier schaffen. Jawolltki. Mal gucken, ob wir noch ein zweites hier schaffen. Oh, passt das dritte noch. So, guck mal hier. Da hinten sind hauptenweise Brombeeren. 16 Stück. 16 Brombeeren. 16 Brombeeren. 16 Brombeeren. Was war das? Ei zugestellt. Nachdem wo mann invitiert wird. Oh ja. Ja, mach Ja, das passt so. So. Na, komm rum. Nein. Hier rum. Hier. Ich hab da perfekte 16 Brombeeren. Das ist ein Arschloch. Nein, der Schilder, wo kommst du jetzt überhaupt her? Ähm, Chica. Geht. Ich drück mir das Fenster wieder ab. Ja, wo ist denn jetzt der Adler? Ich hab doch hier, ähm, hab ich doch. Und so. Gucken wir nochmal schnell in ein Büchlein. Boah, zwei Sechser haben wir jetzt hier. Nee, das reicht langsam. Igler. Ich schätze nicht, ob wir das jetzt erfüllt haben oder nicht, weil... Im Endeffekt steht ja hier eins aus dem Nichts und das hier ganz klein abgebildet. Und hier haben wir eins, das nicht wachsen will. Ich bin zum Himmel, frag, vermisst du mich denn? Schwarz Wolken ziehen auf. Ich hab alles getan, versucht und geopfert. Ich war dieser Mensch, der sich für dich geboxt hat. Tag und Nacht, sass ich in meinem Zimmer und war zu übernacht. Sparalmine, hab ich nicht mehr. Sorry, Whiteser. Sparalmine sind weg. Ich hab eine ausgewachsene Eiche im Garten. Wahrscheinlich zählte er einfach mit dir. Eiche. Wings. Oh, Eizel. Wir müssen gucken, dass der Hild noch ein bisschen weg ist. Nein, ist mit dir anzuwachsen. Gut. Sägen die Back gerade. Start. Empire Astela. Nein, das war... Alter. So. Jetzt wächst er auch wenigstens hier. Bin ja das geschlüpft. Ein winzig kleiner Mini-Donut. Ja, selbst schuld. Musst du aufpassen, wo Mama hinläuft. Oder Papa. Papa. Hinläuft. Alter. Epileptische Anfälle. Tschüss. Alter. 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 Es ist geisteskrank. Vorab sanepipto. Weil ihm keiner hier das Wasserwechsel hat. Den Kapitier zum Mikro. Jerzy. Ich habe da hinten 16 Bronbeernlesien. Und sie warten darauf, von dir gefräsen zu werden. Long to ride. Was für Weltende, jetzt werden Musiker geboren, diese Glaskleimer, der Stimme zerfällt, sagt jetzt eure Ohren, das ist dir zu normal, tut mir leid, Schicht im Schacht, ich bin so weit gegangen und hätte nie gedacht, dass es klappt, was für Gangster, 100.000 Fans hier stehen vor der Bühne, Feuerzeuge an, ich bin nicht der, der das hier aus Spaß macht, hier geht es um viel mehr als ohne was Spaß, aus dem Licht bis nach oben an die Spitze, ich bin wie Taufstumme, da verstehe ich keine Witze, Was für Leid, habt ihr alles schon gesehen, Licht mehr, weg am Block, ich bin crazy, ent. Was für Gangster, 100.000 Fans hier stehen vor der Bühne, Feuerzeuge an, ich bin nicht der, das bedingt, das Belasen ist einfach dabei, da haben wir noch ein bisschen was in der nächsten Aufnahme Session zu tun, ach, der Scheiß, zwei, zehn, haben wir jetzt durch, reicht, ich will mir jetzt Chicken Wings machen, om mich, 20 Uhr haben wir jetzt schon wieder da. schon wieder drei Stunden Aufnahme reicht echt jetzt Gott, ich bedanke mich fürs Zusehen wenn ihr einen Namen geben wollt, dann schrottet es in die Kommentare oder wenn ihr sogar Musik herstellt und ihr gerne ein bisschen Werbung für euch selber freischalten möchtet dann schrottet mir in die Kommentare, ob ihr eure Musik verwenden darf, wenn ja, dann werde ich euch in die Videobeschreibung schroten, so wie die anderen drei bis jetzt Pony, Brony, Eastlice Records und Emma Riddle die auch allesamt einen Namen beim Pony, Brony noch nicht, den muss ich eigentlich eigentlich wollte ich Horstachio, aber Horstachio ist ja scheißen dämlich, daher bringt das leider nichts ähm bedanke mich, ja, fürs Zusehen und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online, tschüss